Aufstieg durch Bildung ist ein Mythos, beziehungsweise ist eine Illusion. Man muss heute nicht studiert haben, um seinen Weg zu gehen. Ich habe oft gemerkt, gehört, gesehen von anderen Praktikanten, dass sie sagten, ja, ich habe die Stelle bekommen wegen meinen Eltern. Schluss mit den üblichen Politiker-Debatten. Vor der Bundestagswahl sorgen wir für einen Seitenwechsel. Im Mittelpunkt die Wähler. Und die Politiker? Sie stellen die Fragen. Zu Themen, die Deutschland prägen. Wie zum Beispiel, gibt es in Deutschland genug Chancengleichheit? Amand Schama, Unternehmer in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du in Deutschland, wenn du es wirklich willst, alles erreichen kannst. Es ist nur eine Frage der Einstellung. Hallo, ich bin Lisa Zimmermann und der soziale Aufstieg ist für mich schwieriger, da ich strukturelle Hindernisse hatte im Laufe meines Lebens, die andere, glaube ich, nicht haben. Ja oder nein, in Deutschland kann es jeder vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen. Ob du Erfolg hast oder nicht Erfolg hast im Leben, hängt viel von der inneren Einstellung ab. Und ich habe das früh schon gemacht, dass ich Menschen, die da sind, wo ich sein wollte, Menschen, die gewisse Erfolge haben, hatten, auch die ich haben wollte, dass ich einfach aktiv auf die zugegangen bin und gefragt habe, hey, sag mal, was machst du genau? Und wenn ich diese Menschen vielleicht nicht direkt in meinem Umfeld habe, da haben wir heute im 21. Jahrhundert eine Mega-Chance. Ich habe die Leute einfach bei Facebook, bei Instagram, also einfach auf Social Media angeschrieben, habe gefragt, hey, sag mal, was machst du? Können wir uns vielleicht mal kurz austauschen? Können wir vielleicht mal kurz telefonieren? Nicht alle antworten, aber der eine oder andere antwortet und gibt dir vielleicht auch mal einen guten Tipp. Also du hast wirklich wildfremde Menschen einfach bei Facebook oder bei LinkedIn angeschrieben, ohne dass irgendwie dein Familiennetzwerk hatte oder dass du aus der Schule einen engagierten Lehrer mitgebracht hattest. Oder einfach so, das stelle ich mir, also klingt für mich ehrlich gesagt unglaublich, aber ich glaube natürlich, dass das wahr ist. Ich glaube, dass das ein Mythos ist, also Aufstieg durch Bildung ist ein Mythos, beziehungsweise ist eine Illusion. Klar, rechtlich gesehen ist das deutsche Bildungssystem sehr durchlässig. Ich glaube, dass man durchaus aufsteigen kann, aber ich glaube, dass es eben für einige Gruppen, für einige soziale Gruppen sehr schwierig ist. Arbeiterkinder, beziehungsweise wenn man jetzt klassisch an Hartz-IV-Familien denkt, dann kann man da vielleicht mittlerweile auch nicht mal mehr von Arbeiterkindern sprechen, weil die Eltern ja nicht mal arbeiten gehen. Ja, also da gibt es einen deutlichen Unterschied. Also da ich ja nun mal auch Sozialwissenschaften studiere, weiß ich eben auch, dass da andere Faktoren, eben nicht nur die Herkunft, sondern auch die familiare Unterstützung eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass bei migrantischen Familien einfach die Loyalität wichtig ist. Ja, und ich glaube, dass Amman vielleicht Unterstützung im Haushalt erfahren hat, die ich eben nicht erfahren habe. Ja, und dass mein Vater langzeitarbeitslos ist, spielt natürlich eine große Rolle im sozialen Aufstiegsprozess. Schon allein bei der Tatsache, dass wenn man sich irgendwie versucht, aus dieser Situation selber zu befreien und zu sagen, ich ergreife die Eigeninitiative und ich möchte aufsteigen und ich möchte zum Beispiel mir was dazu verdienen und ich muss dafür arbeiten gehen, dann sieht das das Gesetz zum Beispiel nicht vor, weil ein Zuverdienst in einer Bedarfsgemeinschaft an ein Limit gekoppelt ist. Also 100 Euro plus 20 Prozent des Zuverdienstes. Das macht auf Basis von 450 Euro Verdienst, 170 Euro, die man sich dazu verdienen kann. Wie soll ich also bei 170 Euro im Monat, die ich dazu verdienen kann, jemals irgendwie mir ein Vermögen aufbauen, um zum Beispiel mal für ein unvergütetes Praktikum was machen zu können? Ja, also wann, wie hast du das dann geschafft? Bei uns war es damals so, wir sind nach Deutschland gekommen vor 27 Jahren. Da war ich zwei Jahre alt und da kamen meine Eltern als Flüchtlinge hierher und meine Eltern haben überlegt, alles klar, was machen wir, damit wir uns hier a auch integrieren und auch b unsere Butter und Brot, wie wir die verdienen. Dann haben meine Eltern eine Pizzeria aufgemacht, Step by Step, durch viel Arbeit, durch viel Engagement, durch viel Fleiß, wurde das ein indisches Restaurant, was wir irgendwann auch verkauft haben und in dem indischen Restaurant habe ich natürlich auch, ich habe gekellnert, ich habe da vorher in der Pizzeria schon Pizza-Taxi-Fahrer gespielt, also ich habe da alles mitgemacht und da hat mir mein Vater damals 20 Euro pro Tag gegeben, also war auch nicht viel Geld und ich habe da gearbeitet, 10, 11, 12 Stunden, wo es nicht passte. Heute haben meine Eltern das Restaurant verkauft, haben ganz normale Jobs, also sind auch Arbeiter. Meine Mama ist Laborgehilfe, mein Vater ist Metallbauer und ich habe mich in der Finanzdienstleistungsbranche selbstständig gemacht. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gesagt habe, ich möchte für meinen Erfolg selber verantwortlich sein und auch klar, auch den einen oder anderen Menschen angeschrieben habe auf Social Media, der vielleicht auch in einem Teilbereich, wo ich erfolgreicher werden wollte, erfolgreich war oder auch schon da war, wo ich bin. Aber das hast du sicherlich auch erst jetzt vielleicht in jüngster Zeit getan. Ich glaube nicht, dass du in der siebten Klasse dir bei Facebook jemanden rausgesucht hast und jemanden angeschrieben hast und gesagt hast, hey, du bist mein Vorbild, wie kann ich so werden wie du? Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, dass eben um Chancengleichheit zu ermöglichen oder um zumindest die Chancen anzugleichen, man schon wirklich früh ansetzen muss. Es fängt in der Kita an und es geht in der Grundschule weiter. Und ich glaube, was du mir erzählst, sind wirklich wertvolle Beiträge, die aber vielleicht erst auf die jüngste Vergangenheit zutreffen. Ja oder nein? Die Gesellschaft hat es mir persönlich schwerer gemacht als anderen hier. Naja, ich glaube, ich gehöre schon zu den, also obwohl ich eben vielleicht ein Arbeiterkind bin und Aufstiegsprobleme habe, schon trotzdem noch zu den Privilegierteren in dieser Gesellschaft. Also wenn ich da jetzt an Kinder und Jugendliche denke, die vielleicht gar keine Eltern mehr haben, die Eltern sitzen im Knast oder haben irgendwie, weiß ich nicht, Gewalt- und Missbraucherfahrung erfahren, das gehöre ich definitiv zu den Privilegierteren. Trotzdem habe ich natürlich, ja, ich habe trotzdem aufgrund meiner Herkunft Diskriminierung erfahren, wurde in der Schule gemobbt. Von daher, ja, deswegen diese gemischte Antwort. Und ja, aufzuwachsen im Hartz-IV-Haushalt ist eben auch nicht ganz unproblematisch. Also man wird stigmatisiert, ist klar. Und man kann eben nicht alle Teilhabechancen wahrnehmen, die eben andere haben. Klassenfahrten zum Beispiel oder weiß ich nicht, Zugang zu Musik, Kultur, Bildung, außerschulische Aktivitäten. Wenn ich gesagt habe, hey, ich komme aus Indien, dann haben sich die Leute in der Regel immer dafür interessiert, hey, und wie läuft das da genau ab, etc. Also ich war relativ schnell immer mit den Menschen im Thema, was eigentlich immer eher positiv war und habe das gar nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt irgendwie großartig da gemobbt wurde oder kritisiert wurde. Dass da mal irgendwie ein Späßchen gemacht wurde unter Jungs, ist klar. Aber dass ich jetzt sage, da habe ich mich irgendwie benachteiligt gefühlt, das überhaupt nicht. Was ich merke, ist bei vielen Studierenden aus Arbeiterfamilien, dass absolut das Vitamin B fehlt. Also das, was auf dem Golfplatz sozusagen an Praktika vermittelt wird oder an Dozenten oder wie auch immer, also das merke ich, dass wir einfach gar nicht diesen familiären Background haben. Hast du das auch persönlich auch schon erlebt, dass du einfach ganz vieles, wo du einfach nicht mitreden kannst, weil du gar nicht in diesen, sag ich mal, in diesen anderen Kreisen verkehrst? Auf jeden Fall, ja. Vitamin B fehlt, soziales Kapital ist unheimlich wichtig. Und ja, es hat mir im Leben oft gefehlt, vor allem bei Praktika. Also ich habe oft gemerkt, gehört, gesehen von anderen Praktikanten, dass sie sagten, ja, ich habe die Stelle bekommen wegen meinen Eltern. Ja, oder weil meine Tante XY, die hat einen Mann geheiratet und der arbeitete hier als Vorstandschef oder als Abteilungsleiter. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man Netzwerkprogramme oder Aufsteigerprogramme irgendwie fördert, oder zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt. Wir sehen ja, wenn wir Statistiken uns angucken, dass ganz, ganz viele Menschen, also migrantische Menschen, sich auch selbstständig machen. Deine Eltern haben ja anscheinend ja relativ schnell einen Aufenthaltsstatus gekriegt und konnten sich selbstständig machen. Was machen Familien, die in Dauerduldung sind, die sich gar nicht selbstständig machen können? Also erstmal, in erster Linie würde ich, würde ich dafür sorgen, dass ich nicht nur einen befristeten Aufenthaltstitel vielleicht habe, sondern einen unbefristeten, dass ich hier auch vernünftig arbeiten kann, dass ich hier vernünftiges Geld auch verdienen kann. Und auch vielleicht auch die Frage zu der Antwort, die Antwort zu der Frage, so ist richtig, warum machen sich viele Menschen im Migrationshintergrund auch selbstständig? Ich glaube, das ist auch ein Mentalitätsding. Ich kenne das so, dass viele Menschen auch in Indien das gesellschaftlich sehr hoch anerkennen, wenn andere Menschen sich selbstständig machen oder self-employed sind. Und von daher war es schon immer, ich sage mal, wo ich schon sechs, sieben, acht Jahre alt war oder wo ich in der siebten Klasse war, war schon mein Ziel, Ammann, irgendwann in deinem Leben machst du dich selbstständig, wirst irgendwann mal in deinem Leben Unternehmer. Das war schon immer irgendwie mein Ziel. Und vielleicht waren es auch meine Eltern, die selbstständig waren, das kann auch mit eine Rolle gespielt haben, dass ich dann gesagt habe, hey, ich will auch mein eigenes Ding machen. Egal, was ich mache, aber ich will mein eigenes Ding machen. Und ich nehme mal an, Sie haben dich auch stark gefördert in dieser Idee, oder? Die haben mich eigentlich in dem, was ich gemacht habe, immer gefördert, definitiv. Und das ist eben, glaube ich, der Unterschied zu bestimmten, also selbst die Aufsteiger unter sich spalten sich ja nochmal in Gruppen in Aufsteiger, die eben diesen familiären Rückhalt haben und welche, die den eben nicht haben. Und das macht, glaube ich, den Unterschied zwischen uns beiden aus. Ja, Lisa, was du beschreibst, das kann ja keiner wegdiskutieren. Das zeigen uns ja auch die Zahlen, dass die soziale Herkunft noch entscheidend ist in Deutschland leider über die Aufstiegschancen. Aber was du ja auch jetzt mehrmals klar benannt hast, ist, dass du sagst, so der familiäre Background fehlt. Und das ist ja letztendlich nichts, wo die Politik, also das ist jetzt meine These, nichts, wo die Politik so viel tun kann. Ich glaube, es gibt natürlich, du hast ja auch schon einige benannt, auch rechtliche Hürden, die müssen auf jeden Fall fallen. Aber meine Frage wäre jetzt, du hast die Mentoring-Programme angesprochen, was kann denn Politik tun, um sozusagen fehlenden familiären Rückhalt zu ersetzen, deiner Meinung nach? Also ich glaube, das kann man schlecht ersetzen. Man kann das höchstens ausgleichen oder ja, angleichen vielleicht, zum Beispiel. Und da sind wir jetzt natürlich beim Thema Bildung. Und ich weiß, wir stehen in diesem Land gerade vor einer großen Frage, wie wir das Bildungssystem generell gestalten wollen nach der Pandemie. Und Wissenschaftler sind sich, glaube ich, mittlerweile einig, dass zum Beispiel eine relativ frühe Selektion schädlich ist für den Zusammenhalt oder für das Entstehen von Ungleichheit. Und ja, mein Ansatz wäre also eine möglichst späte Delektierung und dann eben auch Schulen mit multiprofessionellen Teams, ja, also mehr Diversität. Nicht nur Lehrer, gerade im Hinblick auch auf Lehrer-Fachkräftemangel, sondern eben auch andere Fachkompetenzen. Es ist wichtig für den sozialen Aufstieg, dass man eben einen sozialen Paten hat. Und wenn das eben nicht in der Familie ist, dann eben durch Netzwerkprogramme oder durch einen engagierten Lehrer oder durch jemanden im Jugendamt, der einen da irgendwie begleitet. Aber häufig, ja, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, sind Institutionen an eine Marktlogik gebunden. Und also weder das Jugendamt noch irgendwie der Sachbearbeiter aus der Bundesagentur für Arbeit interessiert sich dafür, welchen Weg man einschlägt. Ich habe nur noch einen Kommentar eben zu der Frage auch, warum gibt es so viele mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen? Also ich finde das ja super und ich finde das wirklich dieses Engagement klasse. Ich frage mich, was ist mit uns in Deutschland los, dass wir so wenig haben, die ihnen die Selbstständigkeit geben wollen, die lieber diesen sicheren Hafen vom öffentlichen Dienst suchen oder im Angestelltenverhältnis. Was können wir lernen auch von Menschen mit Migrationshintergrund? Da scheint sehr viel Mut und Engagement da zu sein. Ja oder nein? Mehr als zehn Jahre Schulzeit haben mich nicht auf eine erfolgreiche Karriere vorbereitet. Ja oder nein? Ich habe vor kurzem ein lustiges Bild auf Social Media gesehen. Vorher gab es so Kassetten, die hat man ins Auto gesteckt oder so Walkman gehört. Heute gibt es Spotify und verschiedene andere Apps und Programme. Vor 40 Jahren gab es eine Tafel. Diese Tafel gibt es heute immer noch in der Schule. Dass wir da einfach weitergehen, dass wir uns da vielleicht ein Stück weit digitalisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Fächer noch anbieten, wo wir die Menschen in verschiedenen Bereichen noch mal fördern, dass wir heute sagt man gerne Mindset, Geld, Einstellung, dass wir ein Geld-Mindset für die Menschen aufbauen, dass die verstehen lernen, wie gehe ich mit dem Thema Steuern um. Für Menschen, die vielleicht auch schon relativ früh für sich erkennen, wie ich damals bei mir. Ich möchte mal irgendwann Unternehmer werden, dass die vielleicht so Fächer haben wie Unternehmertum. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich das werden? Was muss ich dafür tun? Ich finde, Schule ist natürlich ein wichtiger Ort. Mich hat die Schule natürlich unterstützt daran, dass ich logischerweise Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt habe. Und das ist eben ein Ort, wo man sozialisiert wird, natürlich. Und gerade eben für Familien oder für Kinder, die in das schwierigen Familien kommen, ist das ein Ort der Ruhe und der Erholung vielleicht auch. Und eben ein Ort des Lernens. Und ich wünsche mir aber, dass die Schule in Zukunft nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern auch ein Ort des Erlebens. Und ich stelle mir solche Sachen, wie der Ammann jetzt vorgeschlagen hat, zum Beispiel als AG vor. Dass man eben Ganztagsschulen zum Beispiel, oder dass man Schulen eben zu Ganztagsschulen ausbaut, dass man das Betreuungsangebot, oder das ist eigentlich schon ein Fehler in dem Wort drin, das sollte eben nicht nur um Betreuung gehen, sondern es sollte eben darum gehen, den Schülern, die Schüler daran zu unterstützen, ihre sozialen und kulturellen Kompetenzen auszubauen. Durch AGs wie, wie gründe ich etwas? Aber auch durch AGs wie, ich weiß nicht, Theater ist jetzt natürlich klassisch, aber da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, gesunde Ernährung und solidarische Ökonomie oder so. Lisa, du hast gesagt, du hast gerade sehr viel über die Reform vom Bildungswesen geredet und auch darüber, dass man eventuell später selektieren soll. Meine Frage ist, wie schaut denn so dein ideales Bildungssystem aus? Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern Schule ist vor allem auch ein Ort des Leistungsdrucks. Viele SchülerInnen haben Angst, in die Schule zu gehen, weil sie schlechte Bewertungen bekommen. Die Frage ist, sind Noten überhaupt noch zeitgemäß oder sollte da ein anderes Konzept her, wie zum Beispiel individuelle Lernfortschrittsbewertungen? Das ist eine sehr, sehr wichtige, spannende Frage, interessiere ich mich auch für. Ich kann leider nicht Sozialwissenschaften und Bildungswissenschaften gleichzeitig studieren. Deswegen fällt meine Antwort da wahrscheinlich ein bisschen knapp aus. Ich bin auch ein großer Freund von Reformschulen und auch von Reformkindergärten, also wo man vielleicht mit den Noten erst ab der, also jetzt fängt man in Berlin zumindest mit den Noten ab der dritten Klasse, glaube ich, oder zumindest war das, als ich zur Schule gegangen bin. Aber ich habe auch von Schulen gehört, wo das eben erst ab der neunten Klasse der Fall ist. Waldorf-Schüler sind nicht unbedingt benachteiligt da, nur weil sie erst ab der zehnten Klasse Noten bekommen. Ich habe meinen Bachelor gemacht mit, ich glaube, fünf Waldorf-Schülern und die waren mindestens alle genauso kompetent und talentiert wie alle anderen auch. Ja, also ich sehe da keinen Nachteil drin. Armand, gratuliere, das ist ein sehr, sehr guter Erfolg. Und dann Frage an dich wäre, was machst du ganz konkret aktiv, um das zu erreichen, was du gefordert hast, ab der zehnten Klasse oder was weiß ich, dass in der Schule, dass mehr gemacht wird, dass man Unternehmertum, dass man auch versucht, Erfahrungen zu sammeln. Was bietest du ganz konkret in deiner Region, da wo du bist? Also was ich konkret mache, kann ich ganz einfach beantworten. Ich stelle natürlich auch Azubis ein oder ich nehme auch Leute bei mir ins Praktikum, wo ich sage, auch wenn jetzt vielleicht mal die Schulnote oder ähnliches nicht passt, komm, ich gebe dem Menschen einfach eine Chance und der kann da reinschnuppern und einfach mal schauen, passt das, passt das nicht. Nur weil er jetzt vielleicht in Mathe nicht die richtige Note hat, heißt es ja nicht, dass wenn er genau sein Ding findet, dass es nicht seins ist. Weil bei mir war es damals so, ich war jetzt nicht der allerbeste Schüler, ich war auch nicht der schlechteste Schüler, ich war so ein guter Durchschnitt. Ich hätte deutlich bessere Noten schreiben können, aber war vielleicht zu faul, weil es mich nicht so interessiert hat. Heute bin ich mit dem, was ich tue, sehr, sehr fleißig, weil ich Spaß daran habe und weil ich auch Erfolg sehe. Ja oder nein? In Deutschland bleibt man arm, wenn die eigenen Eltern schon arm waren. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass das so ist, dass man arm bleibt, wenn die Eltern auch arm bleiben. Aber muss halt nichts sein. Also grundsätzlich ja, Aufstieg ist möglich, aber er ist mit mehr Höhen verbunden und letztendlich stellt sich die Frage, hat sich das dann auch gelohnt? Ja, also welchen Preis bezahlt man dafür? Und ja, deswegen gemischte Antwort. Hattest du das Gefühl dann gehabt, dass es viele aus diesem Milieu rausgeschafft haben? Ich habe absolut gar keinen Kontakt, deswegen kann ich das nicht sagen. Da geht nämlich auch mit diesem Aufstiegsprozess einher, die absolute soziale Entfremdung oder Distanzierung von der eigenen Herkunft. Nur wenn meine Eltern als Beispiel jetzt reich sind, werde ich auch irgendwann reich. Kann das passieren? Ja, das kann passieren. Aber es kann ja auch genauso passieren, dass ich sage, ey, ich kümmere mich um ganz andere Dinge und schaffe vielleicht auch nie den Aufstieg. Von daher auch hier wieder, es kommt da wirklich auf die Einstellung an, wo will ich hin, was mache ich? Ich glaube aber auch, dass das mehr dazu gehört als einfach nur der Wille. Und ich fühle mich auch ein bisschen angegriffen, wenn du vielleicht die These aufstellst, jeder kann es schaffen, er muss es nur irgendwie wollen. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen diesen Aufstieg nicht schaffen. Da können auch einfach Schicksalsschläge dazu kommen, chronische Krankheiten der Eltern, eigene chronische Krankheiten. Ja, und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen aus einer niedrigen sozialen Herkunft, selbst wenn sie den Aufstieg schaffen und auch Menschen, die einen Studienabschluss haben, sich vielleicht trotzdem nicht für den entsprechenden Beruf entscheiden. Einfach, weil sie sich dort fremd fühlen zum Beispiel. Also die haben einen Masterabschluss, aber bewerben sich dann eben nicht auf entsprechende Positionen, weil sie sich fremd fühlen. Ihr habt von der sozialen Entfremdung gesprochen, das finde ich ganz interessant. Wir leben in einer Welt, die immer mehr connected ist und trotzdem haben die, die es geschafft haben oder die, die einfach schon oben geboren sind, kriegen gar nicht mehr mit, wie unten Leute durchs Netz rutschen. Man sitzt vielleicht in der gleichen Kneipe, aber jeder guckt auf sein eigenes Handy. Mich würde interessieren, was glaubt ihr, müssen wir in der Politik machen, um diese Entfremdung irgendwie zu überwinden, um auch wieder mehr Akzeptanz für eine solidarische Politik zu gewinnen? Ja, also ich bin ganz froh, dass in der Karte der Vielfalt die soziale Herkunft jetzt als siebte Dimension aufgenommen worden ist. Das ist schon mal erstmal ein wichtiger Schritt. Allerdings sollten das nicht nur irgendwie leere Worte sein, sondern vielleicht auch Taten sprechen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Unternehmen eben mehr auf die Eigenschaften gucken könnten, die Arbeiterkinder mit sich bringen. Also Lösungskompetenz, Durchhaltevermögen, sie sind zielorientierter. Also es gibt durchaus Eigenschaften, die Arbeiterkinder mitbringen. Also was könnte ich empfehlen? Ich könnte empfehlen, dass es definitiv diese AGs gibt in der Schule. Dass man vielleicht einen Mentor einfach an seiner Seite hat, wo der ein oder andere vielleicht kein Vitamin B hat. Dass man da einen Support hat und vielleicht auch mal die ein oder andere Frage stellen kann. Wo man sich vielleicht nicht traut, seine Eltern zu fragen. Oder wo man vielleicht denkt, woher sollen meine Eltern das wissen? Das ist das eine. Das andere ist, es gibt so Networking-Events, Treffen, die sind auch in der Regel kostenlos. Das kann man heute auch komplett online machen. Also da muss man auch nicht mal mehr irgendwie physisch da sein. Du heißt ja auf LinkedIn Amandib Sharma. Aber wir nennen dich jetzt hier immer Amand Sharma. Ist das, weil es leichter ist für die Mehrheitsgesellschaft, diesen Namen zu verdauen und mit dem zu arbeiten? Ja, ein guter Punkt. Ich mache das wirklich tatsächlich nur, weil es einfacher ist für die meisten, das auszusprechen. Weil ich eine coole Eselsbrücke dabei habe, weil ich immer sage, hey, ich heiße Amand, so wie Amand. Und das können sich die Leute gut merken. Ich sage mal, es ist knackig und es passt. Ich frage mich jetzt noch, also mir geht es gar nicht so sehr um den Namen, sondern tatsächlich um deine Identität. Fühlst du dich, also fühlst du, naja, also fühlst du dich manchmal einsam? Fühlst du dich entfremdet? Fühlst du dich distanziert von deiner sozialen Herkunft? Oder vielleicht auch nicht, weil deine Eltern ja mit dir gemeinsam diesen Aufstieg gemacht haben, wenn sie ja auch zu Unternehmern geworden sind durch den Besitz einer eigenen Bizzeria oder indischen Restaurants? Kann ich den ganz einfach beantworten? Nein, also ich fühle mich nicht entfremdet. Nein. Wenn ihr jetzt eine These vom anderen ändern könntet, was wäre das? Naja, bei dir ist das für mich die Standard-Aussage, die Anfangsthese. Jeder kann es schaffen. Ich würde mir wünschen, dass du vielfältiger denkst. Und nicht nur an Menschen mit vielleicht dem gleichen Background wie du, sondern eben noch komplizierteren Backgrounds. Ich glaube, man muss heute nicht studiert haben, um seinen Weg zu gehen. Das würde ich sagen. Man muss heute nicht studiert haben, um seinen Weg zu gehen. Was ich empfehlen kann, ist den Leuten da draußen, macht viele Praktikas. Also das würde ich auch sagen, die Schulen müssen das mehr supporten. Ich habe damals in meiner Schullaufbahn zwei Praktikas gemacht. Zwei Praktika ist ja noch gar nichts. Es gibt Menschen, die machen zwölf Praktika. Ich habe vier Praktika gemacht. Davon war mindestens die Hälfte unvergütet. Also mach viele Praktika. Das kann nur jemand sagen, der sich das auch leisten kann. Ja, man merkt das schon die ganze Zeit, Politik muss auch manchmal einfach nur zuhören. Und darauf kommt es hier, glaube ich, ganz arg an. Und dann auch machen. Das heißt, machen hier, um sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Ich glaube, wir müssen die Kinderarmut, die in unserem Land sehr massiv ist, bekämpfen. Wir brauchen eine bessere Grundsicherung für Menschen mit wenig Einkommen. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Ich fand es in der Diskussion gerade ein bisschen schade, dass sozialer Aufstieg nur verknüpft wurde mit dem Bildungsabschluss. Es wurde so getan, als wäre nur ein Studienabschluss was wert und eine berufliche Ausbildung per se das Schlechtere. Ich glaube, das ist gar nicht so. Denn mit einer Berufsausbildung, das kann ja viel, viel schneller beispielsweise zum eigenen Unternehmen oder zur Selbstständigkeit führen, wie Amman uns zum Beispiel erzählt hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Aufstieg nicht irgendwie als so etwas Hierarchisches betreifen, sondern als etwas sehr Individuelles. Dass wir schauen müssen, wie schaffen wir es, dass jeder seine Talente, seine Stärken entfalten kann und nicht so sehr, wie wir es in Deutschland so gerne tun, immer nur auf formale Abschlüsse schauen. Es ging ja sehr viel um individuelle Lösungsmöglichkeiten, um zum Beispiel gesellschaftliche Benachteiligungen auszugleichen. Hier mal eine AG gegründet, hier mal ein Mentoring-Programm und dann haben wir Benachteiligungen ausgeglichen. Aber es muss ja eigentlich darum gehen, gesellschaftliche Machtverhältnisse zu verändern und strukturelle Diskriminierung zu verändern. Also es geht nicht um Chancengerechtigkeit, sondern es geht um Startbedingungen. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, was jedem die Chance bietet, aufzusteigen. Da haben wir in den letzten Jahren auch politisch sehr stark daran gearbeitet, dass die Rahmenbedingungen für jeden so sind, dass er die Chance bekommt, aufzusteigen. Was wir noch verbessern können, das müssen wir in der nächsten Legislaturperiode sicherlich anpacken. Aber Deutschland ist wirklich ein Land, wo es einem gelingt, durch alle Stufen der Gesellschaft aufzusteigen, Chancen wahrzunehmen, Bildungschancen wahrzunehmen, aber auch beruflich an den Markt zu kommen. Ja, ich fand die Diskussion gerade sehr, sehr spannend, weil sie zwei ganz unterschiedliche Menschen gezeigt hat, die es geschafft hat und auch dargestellt hat, auf welche Hürden die beiden gestoßen sind. Und das unterstreicht eigentlich nochmal, dass wir in Deutschland zwar sozialen Aufstieg möglich machen, aber es einigen Menschen sehr, sehr schwierig machen und dass wir es ihnen leichter machen können. Deswegen gehe ich tief bewegt hier raus, finde an beiden Teilen große Wahrheiten und gehe in die Kompliziertheit der Realität weiterfragen. Danke. Danke, dass wir diese Episode von Seitenwechsel geschaut haben. Als wir dieses Format entwickelt haben, haben wir euch gefragt, ob ihr mitwachen wollt und hier sind ein paar der Antworten, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank. Vielen Dank.